Mein Freund, ihr geht weg, Junge. Ja, ganz kurze Thema. So richtig klarkomme ich mit dem Ding, ey, war nur ja nicht. Was ultra komisch ist, weil, von Herox Bike Life ist genau dasselbe, genau gleiche. Und mit dem Ding kann ich um mein Leben toaster und steifeln, nur mit dem Ding umgelegt. Aber ich nehme mich anstatt an, dass man am Reifen entliegt. Aber Bremse ist jetzt wieder on point. Ja, meine Freunde, meine alte 25er, die Supermoto kennt bestimmt der eine oder andere von euch, ist jetzt verkauft. Der zeigt aktuell nur noch diese Bike, wird aber wahrscheinlich demnächst bald ein Enduro dazustoßen. Das war's komplett. Ich kann es sehen, oder? Ja, das war's. Ähm, mehr auf jeden. Äh, die Lauf immer wird klar. Äh, achso ja, wie gesagt, Enduro wird ja zunächst bald kommen, denke ich mal. Da die an sich die Striche, von die wir Claire zeigen, als ich meine 25er in sie gesehen habe, die haben ja absolute Verleihung sind, dass ich innerhalb von 3 Stunden 250 Nachrichten auf diesen Torwart hatte, die fast aus 90 Prozent, wo die Mitstandarm kann so sein, dass es 100 Prozent ist, aus, wie gesagt, aus ein paar Prozenten. Keine Wege, Kommentare einfach nur aus, ey EG, geile Venus EG. Ey EG ist in deinem Bike und halt nur eine Scheiße, da kam nur so eine Monze mehr und nur so ein Kommentar. Was natürlich super kontrapunktiv war zum Verkosten. Weil ich halt nicht sehen konnte, ob mir da jetzt wirklich ein potenzieller Käufer geschrieben hat, oder echt nicht. Was natürlich extreme Scheiße war, aber richtig. Weil ich da ja alle die Löscher und dann war halt gut. Weil ich einfach zu dumm war. Ein 99 hutsch. W мол fiest. Wenn der mal die 500er abkriegt, dann gammelt die schlecht raus, Alter. Oh, hier ist es zu. Aber fünf lede Blitz. Und ein Zahn-Scheck. Haha! Oh! Oh! Welen! Weiter! Noch nicht! Oh, geil, einfach.